Watch und eine leckere E-Shisha dazu, das ist doch was meines. 20 Jahre nachdem wir den Krieg gewonnen hatten, waren wir einem gemeinsamen Leben in Frieden kein Stück näher gekommen. Und wir sind heute wieder live dabei! Eine neue Heimat für die Omnics in London sollte der erste Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen und Omnics sein. Aber es war zum Scheitern verurteilt. Die Omnic-Extremistengruppe Null Sector startete einen Überraschungsangriff auf King's Row und übernahm dort die Kontrolle. Hunderte starben, tausende verloren ihr Zuhause. Nun jagen sie die letzten Überlebenden. Das könnte der Beginn eines neuen Krieges zwischen Menschen und Omnics sein. Wenn wir sie nicht aufhalten, Commander Morrison hat unser Strike-Team damit beauftragt, die Stadt zu befreien. Das ist meine erste Mission, zugleich der einzige Weg in mein Zuhause zu retten wird. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Hier spricht Morrison. So. Geht er erst los, wenn er wieder da ist? Ja. Da hinten, viel Glück da draußen. Sagte der Heiler. Sie müssen unschädlich gemacht werden, bevor wir die Fahrt nachwerfen können. Sie alle verfügen um eine mobile Drohne, die dazu dient, die Flugabwehrzahme Nulls zu hängen. Das ist keinem Reich. Hier gibt's Rüstung. Hier, Captain Hammer. Der erste Flugabwehrzahme Nulls ist gleich um die Ecke. Ich bin jetzt auch still. Dann stimmeln sie nicht wieder allein los. Dann kann ich nicht die Frauen dranhängen. Ja. Ist mal hier. Ja. Heck gestartet. Bleib in der Nähe des Terminals, bis es gehackt ist. An alle. Nause-Sektor-Einheiten nähern sich ihrer Position. Es geht los. So, ich hab vorhin, dass man mit Narenden korrektiert. Wir sind nicht über diesen Punkt hinausgekommen. Hehehe. Hehehe. Aber da waren auch alle Helden und... Alle Helden ist halt nochmal schwieriger. Keine Angst, Lina. Ich pass auf. Ja. Ich glaube, ich bin halt quasi auf Ghee gebalanced. So, und dann könnte ich das eventuell mit Ritter vielleicht machen, anstelle ich von seinen ARD-M. Mit dem Matcher eventuell noch. Aber... Ja, es geht halt hier umsatz. Also mit den Younger-Down-Enden. Phil's-Down. Wir sind hier fertig. Captain Amari, wo befindet sich der nächste Zugangspunkt? Auf dem Vorplatz. Wobei mit Chunk-Fed geht das eigentlich auch richtig, muss ich sagen. Aber also, wenn man jetzt irgendwie D.Va als Tank nehmen will oder so... Wir brauchen eine noch unbekannte Energiesignaturen vor. Wir brauchen eine noch unbekannte Energiesignaturen vor. Es muss ein neuer Aufbruch sein. Genau das hat die Welt gebraucht. Oh, sorry. Der Heck läuft. Die Beschütze sollten jeden Moment offline sein. Das mache ich schon mal. Da bewegen sich eine Menge Omnensignaturen auf sie zu. Soll ich da mal ein Kill drauf? Wobei mit dem Matcher müsste das doch auch eigentlich ganz gut noch gehen, oder? Ja. Ja. Kann man machen? Ja. 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 Ganz genau. Weil... Am wegen von Kino ist noch einer. Mein Schild ist Blackdown. Ja. Ich stehe einfach zurück. Oh ja, da kann man nicht rum. Kann man nicht rum. Ja, das hörst du auch hier. Oh mein Gott. Ja. Ja... Jawoll! Ich hab große Pläne für dich! Verdammtes Ding! Danke! Ah, Kappa! Voll wieder Anfall zum Schwitz! Gute! Kommt wieder einer mit dem Schild! Schild zu vorne! Ja, ich dritte! Oh, ich da! Der ist da! Punkt eingenommen in 3, 2, 1 und ready! Abbruch des Verkehrs am Ruhesturm steht uns bevor! Brauch haltung! Danke! Geht im Anflug! Geht mit jetzt, Mensch! Die halten auch ein bisschen mehr aus, ne? Die sind sowieso schon... Ja! Hier kommt's mit Rüstung auf! Vielleicht! Okay! Alles klar, ich stehe auf dem... Auf das Dach und hab's Bild! Wissen Sie wirklich, dass das funktioniert? Das hab ich gebaut! Natürlich funktioniert das! Tor! Ah, das ist nur einer jetzt! Von links! Ja! So, Schilder kommen! Verhalten Sie die Slicer im Auge! Jawohl, danke! Sie sind für die Fahrt viel gefährlicher als für Sie! Achtung! Fahrt ist unter Beschuss! Ich fand ihn mit meinem Schild! Sehr schön! Ich hab hier in meinem Schild! Ja! Fragen Sie die Slicer! Die werden mit meinem Schild! Ich kann keinen Kuss nach feststellen! Ich zum Beispiel zeigen! Das ist immer her! Wir sind die Slicer! Sie sind die Slicer! Sie sind die Slicer! Sie sind die Slicer! Sie sind die Slicer! Ich kann keinen Kuss machen! Seht mich bald zusammen! Sie sind die Slicer! Schleifer von dem. Robby, mach ich mich mal heilen. Nein, schön. Das ist Schleifer. Ich habe mein Gefühle getrauen. Bombe. Ich bin tot. Ich kriege sie weg. Down. Vier weg, vier weg. Ich bin tot. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, shoppen wir. Das war gut. Das war gut. Das war gut mit der Bombe. Nice. Da krieg ich ein Like. Oh, das ist ja süß von euch. Fick dich, Bobby. Ja. Ja, aber ich habe fünf mit eingekriegt. Aber ich habe fünf mit eingekriegt. Duh. Ich bin tot.